Wie kann ich gleichzeitig Geld sparen, aber dennoch ohne Schuldgefühle in den Urlaub fahren oder mir ein gutes Essen leisten? Hm, geht das? Hallo und herzlich willkommen und natürlich kann ich die Frage gleich beantworten. Ja, das funktioniert ganz einfach. Man kann ohne Schuldgefühle essen gehen, sich trotzdem was leisten und dennoch genügend Geld sparen. Sei es einfach generell investieren oder für den nächsten Urlaub zu sparen. Das Einzige, was wir brauchen, ist die richtige Strategie. Und heute will ich euch verraten, wie diese funktioniert und wie ihr diese Strategie für euch anwenden könnt. Dazu zeige ich euch mein automatisiertes System und gebe euch die Tools, die ich dafür benutze. Aber schauen wir doch zunächst mal, warum sich viele Menschen mit dem Geld so schwer tun. Warum haben die meisten Menschen nie Geld und wie sieht es bei dir aus? Ein sehr schöner Vergleich ist das Ganze mit Essen und Finanzen zu vergleichen. Also in puncto Essen neigen wir oft dazu, die Kalorien nicht zu überprüfen. Wir essen einfach rein, Pizza, hier mal ein Eis, da mal was. Und bei den Finanzen ist das ganz ähnlich. Ja, ich kaufe mal hier mal was, da mal was. Ach, kann ich mir das ja eigentlich leisten? Ja, egal, ich mache einfach mal. In puncto Essen neigen wir dann wieder dazu, mehr zu essen, als wir wirklich glauben. Und in den Finanzen geben wir eigentlich auch meistens mehr aus, als wir wirklich wollen. Das ist wie mit Hunger einzukaufen. Ja, und es ist meistens auch so wieder dann, ja, man redet über die Diät X im Workout Y und ja, debattiert da über die Sachen, die funktionieren, ganz schnell in 10 Wochen abnehmen. Aber das Langfristige wird nie im Blick gehalten. Genauso ist es mit der Finanzen. Viele reden, ja, hier gibt es die besten Zinsen. Das ist die Top-Aktie, die musst du kaufen. Da bist du ganz schnell reich, ja. Das Problem ist dann wieder, wenn man vergleicht, viele vertrauen dann wirklich auf so ein Halbwissen statt wirklich auf die fundamentalen Daten und Forschung. Und in der Börse ist es auch wieder so, viele rennen irgendwelchen Börsengurus hinterher, den Medien, wenn dort was gepostet wird, ja, hier, Börse spricht ein, Griechenland tritt aus und lassen sich da von der Panikmache mitreißen, statt mal lieber ein gutes Buch über Finanzen zu lesen und sich wirklich über die fundamentalen Sachen zu informieren. Das ist aber nicht nur bei den normalen Menschen so, sondern auch bei den Schlausten der Schlausten beziehungsweise, die es eigentlich wissen müssten, den Finanzprofessoren. Und jetzt schauen wir mal, ob du langfristig smarter als mein beziehungsweise ein Finanzprofessor sein kannst. Bei mir war das nämlich so, in der Uni der Finanzprofessor hat immer erzählt von Derivaten, wie du dich absichern kannst, wie die funktionieren, Futures, Swaps und so weiter und so fort. Ich habe Kurse belegt über Private Equity, whatever. Und im Endeffekt hat uns der Prof dann trotzdem immer erzählt, wie er Geld verloren hat, hat er die Aktie verkauft und dann, ah, der DAX hier hat dafür seine Kinder Geld verloren, ja. Aber wie kann das denn bitteschön sein, ja, dass genau die, die es eigentlich wissen sollten, trotzdem nicht steinreich sind? Und das kann man ganz schön mit einem Beispiel erklären. Es bringt nichts zu wissen, wie der Motor funktioniert vom Auto, die Bremse, das ganze System dahinter. Und wenn man sich dann reinhockt und nicht weiß, wie man das Auto einfach fährt, lenkt, schaltet. Und so ist es auch mit den Finanzen. Also das Wissen ist nur so wertvoll, wie man es wirklich umsetzt. Und 80% des Erfolgs vom langfristigen Investieren sind wirklich das Verhalten im Bereich Sparen, Konsumieren, Investieren, ja. Und die restlichen 20% sind wirklich nur das Wissen. Dazu zeige ich dir gleich eine Formel, wie du besser als ein Finanzprofessor sein kannst. Und wenn du dich an diese hältst, bist du wirklich besser als 99% der Menschen, inklusive meinem alten Finanzprofessor. Also was bringt dir dieses System gleich? Also es automatisiert deine Finanzen, deine Ausgaben, das Sparen und Investieren. Du musst dich nicht mehr aktiv zwingen, jeden Monat genau ein Datum festzudenken, wo alle Überweisungen auf dein Sparkonto machst, dann hier auf deine langfristigen Ziele, dann investieren, das monatlich machen musst, sondern wir automatisieren das Ganze. Also das Geld fließt immer dorthin, wo es soll und das Ganze automatisch. Und sehr wichtig dabei ist, es geht noch gar nicht darum zu denken, welche Aktie kaufe ich, was muss ich genau kaufen, was ist die beste Aktie, was macht die beste Rendite. Zu allererst einmal braucht man wirklich ein Fundament, ein finanzielles System. Das ist wie wenn man ein Haus bauen will. Man fängt nicht mit dem Dach an, sondern man baut zu allererst das Fundament und baut darauf auf. Ohne das bringt das alles nichts. Man sieht ja viele reiche Leute, die im Lotto Millionen gewinnen oder auch Stars, die Millionen machen und doch das Geld verprassen oder Lottomillionäre ganz schnell wieder pleite sind und unglücklich sind als vorher. Das liegt daran, dass sie quasi mit dem Dach angefangen, aber noch nie ein Fundament hatten und gelernt haben, mit dem Geld umzugehen und sich ein System aufzubauen. Also kommen wir doch zu dem System. Okay, ich nenne es mal das Regenbogen-System. Zu allererst 50% unseres Cash-Inflows, also den Einkommen, werden für lebensnotwendige Ausgaben genutzt. Das kann zum Beispiel sein Miete, Handyrechnung, Klamotten, alles was man wirklich zum Leben braucht, deswegen lebensnotwendig. 20% gehen in die finanzielle Freiheit. Also das ist wirklich was man in Sparpläne investiert, dann wirklich dann in ein Weltportfolio und so weiter und so fort. Der nächste Punkt ist, 10% gehen in Weiterbildung. Das kann sein, man möchte eine neue Sprache lernen, Bücher, all diese Bereiche. Dort baut man sich auch ein Budget auf und kann dann monatlich in sich investieren, was immer noch das beste Investment ist. 10% gehen in unsere langfristigen Ziele, sei es Hausbau, Urlaub, Autoreparatur, ein Auto etc. pp. 5% sind unser Spaßkonto. Also da leisten wir uns mal ein gutes Essen mit, gehen mal feiern und so weiter und so fort. Vergnügen auf jeden Fall. Und die letzten 5%, um die 100% aufzufüllen, sind Geben. Wir geben auch mal zurück. Und ich fand das sehr schön, was mir ein Kollege erzählt hat, der gesagt hat, er tritt aus der Kirche aus, weil er sagt, das Geld, was er dort denen gibt an Steuern, das spendet ihr lieber an eine Organisation, die es wirklich braucht und wirklich geholfen wird, wo er das wirklich sehen kann. Das fand ich sehr gut eigentlich von ihm. Ja, und die Zahlen, die ihr hier seht, sind nicht fix. Die kann man natürlich auf seine persönliche Lebenssituation anpassen, beziehungsweise inzwischen spare ich mehr als diese 20% pro Monat, aber man kann uns zum Beispiel auch mit 10% anfangen, 5% Weiterbildung. Wenn man so hohe Lebenskosten am Anfang hat, umso mehr man verdient, umso mehr fließt natürlich später in die finanzielle Freiheit. So, wie sieht das System genau bei mir aus? Wie habe ich das Ganze automatisiert? So, das sieht folgendermaßen aus. Am Monatsanfang habe ich meine Einkommensströme und die werden dann aufgeteilt. Wie ich schon eben gesagt, 30% fließen dann von meinem Sparkassenkonto an das Komm-Direktkonto, wo ich spare und investiere. Das sind zum Beispiel Sparpläne, dann geht da was in Privatkredite investiere ich, beziehungsweise Kreditevergabe und so weiter und so fort. Dann an meine langfristigen Ziele fließen an ein BKB-Konto 10%. Das ist auch alles automatisch per Dauerauftrag. Dort fließt das auf das Girokonto am 1. und am 4. wird das Ganze automatisiert dann auf die Visa-Karte transferiert. Und dort bekomme ich dann auch nochmal 0,7% Zinsen. Und die anderen 60% sind so meine alltäglichen Ausgaben, beziehungsweise auch die Weiterbildungskosten, lasse ich darüber laufen, was ich wirklich brauche, beziehungsweise Miete, Handy und so weiter, Fitnessstudio, läuft alles darüber. Und so habe ich das aufgeteilt, kommen während diesem Monat Sonderzahlungen rein. Das können jetzt sein Geburtstag, Weihnachtsgeld, der Lottogewinn, whatever. 80% fließen direkt wieder ins Investieren, also die kommen direkt und werden dann auf die verschiedenen Sparpläne, beziehungsweise auf die Privatkredite aufgeteilt. Und 20% in meine langfristigen Ziele, Auto, Haus, wie ich schon gesagt hatte. Und am Monatsende sollte ich noch einen Überschuss haben, sprich ich habe weniger alltägliche Ausgaben, werden die auch wieder zu 80, 20 in Investieren und Ziele aufgeteilt. Ja, so einfach funktioniert das. Ich habe das Ganze automatisiert mit Daueraufträgen über verschiedene Konten und ich muss da eigentlich nicht mehr großartig eingreifen. Ich muss das nur überprüfen und von Zeit zu Zeit adjustieren. So, wie kann ich das Ganze aber jetzt tracken? Da gibt es viele kostenlose Tools. Man kann zum Beispiel nach ganz Oldschool ein Stift und ein Blatt Papier nehmen. Das Problem ist, es wird natürlich sehr schnell unübersichtlich und man kann schnell was nicht nachtragen. Dann kann man natürlich einfache Tabellen benutzen. Excel oder inzwischen von Google die Tabellen online. Dann kann man natürlich Programme benutzen. Da gibt es zum Beispiel Finanzblick. Dann für iPhone gibt es da Outbank oder Numbers. Dann gibt es jede Menge Programme. Ich hatte auch schon zum Beispiel Finanzblick mal getestet. Nur ich mache das aktuell alles mit Google Docs beziehungsweise der Google Excel Funktion. Und wie das genau aussieht, zeige ich euch jetzt mal in dem Doc. Ja, hier sieht man das Ganze, wie das aussieht. Ich habe hier Finanzüberblick. Dann habe ich hier quasi die Einnahmenseite. Und hier habe ich die Ausgabenseite. Einnahmen sollte relativ selbst erklärt sein. Da kommen sowas rein wie Gehalt, Nebeneinkünfte, Zinsen. Die werden dort alle eingetragen und werden dann hier in der Einnahmen zusammengefasst. Ausgaben habe ich jetzt zum Beispiel Fix-Ausgaben. Die trage ich aber meistens oben direkt ein. Oder mein Sparplan ETF sozusagen. Das wird hier alles eingetragen. Und dann mache ich, wenn ich eingetragen habe, ist das eine lebensnotwendige Ausgabe, Spaßkonto. Das kann ich einfach hier, ich mache das jetzt mal zum Beispiel, weiß weiß ich was, 50 Euro Essen mit Familie. Und das ist jetzt zum Beispiel, ja, ein Sparskonto. Und dann trage ich das einfach mal so ein. So, und dann wird das hier direkt im System übernommen. Und ich kann sehen, wie viel Geld ich vom Gesamtvermögen im Monat noch übrig habe in den einzelnen Kategorien. Und das wird alles später zusammengerechnet. Und dann wird der Überschuss vom Monat, wird dann ja wieder aufgeteilt in 80, 20. Und hier wird mir errechnet, was ich noch an Überschuss habe, was ich jetzt auf das Konto noch überweisen müsste manuell. Ich mache das dann immer alle drei Monate und lasse das quasi ansammeln. Und mache das dann alle drei Monate. Ist eigentlich relativ selbsterklärend. Hier sieht man das monatliche Budget. Das kann man natürlich jetzt anpassen. Wie ich gesagt habe, die Zahlen sind jetzt hier nicht fix. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, meine Ausgaben sind allgemein höher. Ich kann nur 60 machen. Dafür kann ich irgendwie jetzt hier nur 15% in meine langfristiges fließen lassen. Und ich kann jetzt dafür, weil es nur 115 sind, nehme ich zum Beispiel nur 7,5 gehen in meine langfristigen Ziele und 7,5 gehen in meine langfristige Weiterbildung. Damit bin ich wieder bei 100% und kann dann sehen, was ich hier monatlich im Soll habe, also was es sein soll und wie es aktuell ist. Das Ganze ist eigentlich relativ selbsterklärend und einfach. So, damit ihr das direkt nachmachen könnt, beziehungsweise das Ganze tracken könnt, gebe ich euch mein Budget-Tool gratis raus und die Folien packe ich euch auch noch oben drauf, damit ihr das Ganze nochmal durchlesen könnt. Was ihr jetzt am besten machen solltet, ladet euch das Tool einfach mal runter und trackt eure Ausgaben und Einnahmen des Monats, das aktuell laufende. Dann meistens hat euch das Momentum schon gepackt und ihr könnt dann auch loslegen, dieses automatische System zu implementieren bei euch. Eventuell, dass ihr noch ein neues Konto aufmachen müsst, um Depot zu investieren oder ihr müsst noch ein neues Konto aufmachen, wo ihr langfristige Ziele drin habt, um das Ganze Geld dann automatisch zu überweisen. Nächste Woche 18 Uhr gibt es ein neues Video, in dem ich euch zeige 5 Spartipps, mit denen ihr über 1000 Euro sparen könnt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. In der Zwischenzeit verlinke ich euch nochmal 2 Videos. Einmal, wie du in das Facebook von morgen investieren kannst oder wie und wo Anlegen funktioniert. Da habe ich mal meine Erfahrung mit einem Kunstleister namens WAMU genauer geschildert. Bleibt mir nur noch zu sagen, invest smart statt hart und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche.